der hat auch lauer gemacht muss ich sagen ja ja auch nicht schlecht aber dass die panzer zum schluss kommen das war aber so kriminell das war aber irgendwo klar dass wir jetzt so ein ding noch kommen jetzt haben wir team das match ok ich habe da wieder ein kevin wetten so schlecht gut ist es nicht halt halt ich habe eben aber auch relativ gut abgeräumt und wir haben gewinnt davon aber gegen euch da schwierig mensch die glauben so aus miteinander was der hell ist das diese geräusche mit der grund auf eine rasen sprenger wer hat das gebaut ich nicht das habe ich aus dem ding was war das war nur ein schütten er war direkt tot das gefächtspistolen sie gibt es nicht über geschäftsbezogen er hat einfach eine lehre das band und ich den für mich vor dass man jetzt schon also auch geht das seine scheiß rolle da was sage ich gar nicht mehr neben der feuer ich weiß nicht wenn ich auch kicke beide bei mir die strecke lief das ist ja da war es und hinter uns gespawnt ist ja ja das ist das ich bin gelaufen aber jetzt stirbt doch endlich wir gehen gerade so unter hier gerade neu gespawnt ich glaube zwei sekunden oder so wieder hier ein katz nicht machen weil direkt wieder näher weil die dörten die gespawnt sind also das könnte man hier gar nicht mit noch mehr leuten spielen dann bleibt entstehen zumindest mal ein drache kill gemacht gerade so und das wende ja aber ich finde das level oben jetzt nie so da sind aber sehen habe ich das ist mal ich treffe es ist ja auch nicht diesmal bin ich hinter der gelehrt hat sich nicht vorbeigelaufen kann ja auch leider nicht jedes level was ich aussuche irgendwie nicht sein nein alles gut das ist halt jetzt mal probiert schon wieder den falschen jawohl mit noch viel cash an anvisieren avisiert sind wieder das wenn an der ganz weit hinten steht so ein bisschen aufgeholt jetzt gerade aber ich habe sechs hinterlande oder soll ich jetzt gemacht aber das war es dann auch hätte diese felsen dann nun ja weil ich nicht die ganze zeit auf seinen kopf nichts passiert gott sei dank doch weggeholt naja ich weiß dass jetzt hier kommt ja ich weiß habe ich habe gar nicht gesehen dass ich habe dich aber doch gesehen gerade so ich habe dich aber ich habe doch die rolle gemacht da steht noch einer scheiße das spät gesehen auf der karte ich bin doch gerade gespawnt worden ja das ist ein bisschen gespawnt und stehst dann quasi hinter dem nächsten wo er kommt jetzt ein zweit junge das war jedoch Alles drauf, alles drauf, das ganze Makassi Staut sie jetzt Nein Ich weiß noch was du auch Verdammt Ich hole ihn gleichzeitig aus, aber er trifft zuerst den Schlag, Alter, zum Kotzen Hä, wieso war es jetzt unsichtbar? Ach, Mann, ging zwei Anstatt der Markus anvisiert, nimmt dann den Riegel, das ist da eine Brinke Ach, Mann, halt zwei Wochen Was zuvor Nein Hat er geklettert, da steht auch immer vor Ja, gerade aber auch, da habe ich jetzt zwei, drei Mal echt Dusel gehabt in der Runde Nein Oh, der geht in die Lektor, bleibt die dort schnell die blöde Zippe Und jetzt geht er nach und meine wechselt die Knorre Nein, habe ich weg? Weg, du bist klar Nein, bei mir hat es gerade auf die Hausten geschwommen Hey, du hast eigentlich nichts mehr, ich habe nicht so weggeatmen können eigentlich Und wunderschön, dass du nicht stirbst Wir beide da rumhocken halten Lass dich mal in Ruhe bitte Au! Miau! Kevin, mir wurde körperlich gewalt angetan Ich habe mal eine Kill-Serie gewendet Das ist der Auszeichnung, bekommt die Heizbenten Oh! Gegenwärtige Ecke Ich bin 22 zum 9 gegen dich Morgan, ich habe mich gesehen Nein Ich habe dich gesehen, wie du dort hinter der Wand standst Da hast du gewonnen, dass du über den Zaun kommst Das kann er gut, wenn wir mit Zaun springen und dann sterben Wolle vom Turm springen Au! Das ist nicht wahr, mit der Verscheidung Ich habe es gesehen Wie er wegrennt Ja Also ich kriege heute gar nicht hin Das ist halt wie mein Bauch Ja, perfekt abgelenkt Ja, ja, da kam Frederico von der Seite Und er verfordert dann kam die Seite Das war die Munition, alle Ich habe nachgeladen Herrlich Ach, Mann! Sven, ich kann ja nicht alles alleine machen Oh, jetzt klärt sie noch Alter! Ja, das war Mit mir in Regeln ging die ganze Zeit hin und her Und dann müsste ich doch auch gut sein Alter, hätte ich sterbe Mit der Waffe in der Hand gewonnen Jawohl! So, aber also gerade noch weggekriegt Beide Lass mal auf damit jetzt endlich Oh, ich weiß nicht! Aber diese Leute, die sich hier noch einmischen, weißt du Au! Und das von dem, der in der Ecke kämmt, ey Den Enrico, den habe ich noch erwischt Ja, aber ich habe gesagt, das ist Schon krass Was, die kommen jetzt im Rücken Direkt Beide Aua! Was, das werden hinter dir am Rücken Ah! Da kommt so angerollt Ich habe ihn gesehen Ja, ich habe ihn gesehen Leider Ich habe mich auf meinen Rekord konzentriert Aber verlustig Ja Ja, das war Nullstock Enrico Letzter Kill Ich habe die meisten Kills Gott sei Dank Ja, aber ich habe den letzten Kill gemacht Nur ich habe auch morgens geschaut Aber hier kommt ein Rekord wieder an Ich bin enttäuscht Ich auch Von Sven Nee, Sven hat heute irgendwie Da kann er halt Und ich haben die gleiche Killanzage Ich habe 30 Sven, was hast du getan? Also nichts Das ist schon klar Aber Gut ausgesehen Ja, das ist ganz sehr gut Ja War das gerade ein Kompliment an meine Person Von dir, Kevin Ausgangsweise mal Ja Kommt zwar nicht häufig vor Aber Nee, bei mir war heute Und wieder Wurm drin Ich weiß auch nie Ja, Entschuldigung Ich kann Ich sollte mir da rausziehen Dass du Kevins genital Wurm nennst Das ist aber auch Hallo, Moment Er sagt Wurm Aber nicht Wurmchen Das geht noch Dann haben wir euch nur Überlebenskämpfe? Scheinbar Hab ich doch Bis zum nächsten Mal